Nächste Situation. Deine Freundin ist schwanger. Was machst du? Die Freundin ist schwanger. Zu viel gebumst. Und drüber rappt der Wächter aus Obwalde. Die Schweizer sind unterwegs heute. Sehr geil. Und zwar gegen den Diktator aus Basel. Ja, ja, ja. Kommt auf die Bühne. Wenn ihr Eier habt. Der Diktator. Wo ist der Wächter? Wächter, wo bist du? Wächter, Wächter, Wächter. Wächter, Wächter. Wächter, Wächter. Wächter, Wächter. Wächter, dein Mikro. Okay. Also, Freundin ist schwanger. Was macht man als nächstes? Was sagt man ihr? Wir hören zu, was die zwei MCs geben. Also, Kult, ich brauche noch mal alle euch in die Hand. Wir müssen ein wenig Battle-Stimmung kommen. Kommt. Ja, wir dorthin. Kommt jetzt. Let's go. Okay, gebt den shit DJ-Cut-Effekt. Yes. Ja, das kennt ihr, Ramu. Das kann ja auch Behinderten. Also, komm. Yeah. Du weisst, ich brauche gar keinen Grund. Seine Schwester ist schwanger. Vom Nachbarshund. So hässlich, so grusig. Ja genau, ich rapp für sie hundert und tausend. Ja, Dick Tater. Schau das bitte, Killparks. Deine Freundin ist schwanger. Weil ich sie gefickt habe. Kann sie abfucken. Die Hure wird sogar durch den Arsch schwangen. Ah ja. Und sie weiss, sie will gerne abtreiben. Ja, der Dick Tater muss bei mir abschreiben. So ein Faggot, so eine kleine Bitch. Ah ja, der Dick Tater saugt auch gar dick. Nein, ehrlich. Du kannst nicht gut rappen. Treib das Kind ab, der Frau im Bauchträte. Das ist ganz nett. Aus Obalde. Das Kind hat acht Arme. Ah ja, weisst du was? Und du willst Rady stoppen. Genau. Er wird abtreiben wie hinter Babyklappen. Ja. Hey, dann gebe ich jetzt einen Appen. Ja, weisst du weisst. Du bist einfach viel zu schlaff. Yeah, check das aus. Das ist topen Shit. Babyklappen. Dort wo du entflohen bist. Ich mach den paar Stabplatten. Aber dort haben sie ihm leitenden Schwanz abgehackt. Ja, weisst du was? Du siehst, ich ticke da. In einer Babyklappe hat sie ihn liegen gelassen. Ja, weisst du es? Ihn hat einfach niemand mitgenommen. Ja, genau weisst du es? Weil ich den Shit drop. Yeah. Da kommt er wirklich drunter. In der Babyklappe hat er seine Freundin gefunden. Ich bin ein harten Flower. Mit acht Jahren ist sie von ihm schon schwanger geworden. Ja, weisst du es? Deine Freundin ist schwanger, weil ich seinen Arsch gebrannt habe. Ja, genau weisst du es? Stars kennst du, Mann. Egal was du sagst. Das macht er nicht. Das ist der wirkliche Shit. Yeah. Ich bring 8 Grad Style Heart 1 an. In Arsch gefickt, dann haben wir ja etwas gemeinsam. Yeah. Jetzt wird es tragisch logisch. Fick diese Hände, weil deine Freundin ein Arsch ist. Fick! 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 Fick!